Musik Ich werde vielleicht auch einmal testen, wie die Welle hier im Sporthaus funktioniert. Ich bin noch nie gesurft, das Wasser rauscht, der Helm ist auf, das Brett ist da. Mal schauen, wie es so wird. Musik Besonders interessant war, glaube ich, der Einstieg in diese Welle. Man paddelt nicht, wie gewöhnlich, im Meer ein, sondern setzt sich hier an die Seite. Und dann, so wie ich es verstanden habe, legt man das Board schon unter die Füße und steht von Anfang an, wenn man anfängt zu surfen. Auf jeden Fall sehr interessant, das Erlebnis im Kaufhaus surfen zu können. Es ist tatsächlich etwas laut, ich weiß nicht, wie das in den anderen Etagen oder auf der Verkaufsfläche jetzt ist. Direkt in der Welle ist es schon relativ laut, aber es ist ja normal, es ist echt viel Wasser. Ja, große Probleme verbinde ich damit jetzt aber nicht. Wo man hinfällt, das sah schon ganz schön übel aus, wo man sich dabei dreht. Der Boden kommt ziemlich schnell nah, weil es relativ flach ist. Und es hat mich erschrocken, wie man doch dann von der Strömung quasi mitgezogen wird. Aber es ist schon interessant, das einfach mal auszuprobieren.